Lieber Ministerpräsident Tillich, bitte die Kohle rausrücken für einen guten Zweck. Wir legen noch 500 Euro drauf. Wir nominieren Sandra Zimmermann, Geschäftsführerin unserer Volleyball-Damen. Und zwei Spielerinnen eurer Wahl. Wir wollen die zwei Hübschesten, aber da ihr alle hübsch seid, gibt es da schon mal keine Probleme. Auf geht's. Daumen hoch. Daumen hoch.